Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefield unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Wir wollen uns nämlich heute zusammen angucken, was es denn beim Nobelgartenfest 2019 so an neuen Geschichten gibt und dazu bin ich schon in der Azurwach, das ist eine der Anfangsstädte und zwar hier von den Drenai und ihr könnt das aber in jeder machen, also sprich ihr könnt es in Goldshire machen, ihr könnt es in Karanos machen, ihr könnt es bei der Horde in, keine Ahnung wie die City heißt, quasi die erste Stadt hier, Klingenhügel, also sprich immer in der ersten Stadt gibt es da einen dementsprechenden Händler, die alle das gleiche verkaufen und zwar haben wir hier die Nobelgartenverkäuferin, die heißt sogar tatsächlich so und die hat alle möglichen Items, die wir über hier Nobelgartenschokolade uns kaufen können. Und da gibt es ja viele kosmetische Sachen, auch Transmog, wohlgemerkt diese schicken Kleider bzw. Anzüge kann man nur dann moggen, wenn auch das Event ist, das steht dann hier meistens noch mit dran, hier die Vorlage kann nur gemoggt werden, wenn Nobelgarten aktiv ist, man kann sie aber trotzdem kaufen. Dann gibt es hier verschiedene Pads, die man kaufen kann bzw. es gibt auch einen Mount für 500 Marken. Das ist der Stand, den es quasi jetzt schon letztes Jahr gab. Was ist dieses Jahr dazugekommen? Und zwar diese sechs Items, wir haben nämlich hier einen Haufen verschiedener Häschenöhren mit ein bisschen einer anderen Farbgebung, das ist das eine. Und dann haben wir natürlich das Teuer, um das es jetzt gehen soll, hier Ruhestein des Nobelgärtners und das werden wir mal kaufen, kostet 250 von diesen Marken. Ich habe mir gerade so viel zusammengefarmt und wie wir die bekommen, wollen wir uns jetzt mal kurz angucken. Wie gesagt, ihr müsst in einer von diesen Anfangsstätten, ich wähle immer hier die Azurwacht, weil hier schlichtweg am wenigsten los ist, ihr seht, es ist heute der erste Tag von Nobelgarten und hier ist einfach so viel nichts los. Wenn ihr das in Goldshire macht, dann ist da der Teufel los, deswegen geht am besten hier hin, kann ich euch nur raten. Ich habe jetzt auch den Warmood angemacht, da könnt ihr euch dann auch noch mal ein bisschen wegphasen. Ihr lauft einfach hier rum, macht diese Eier auf, sobald ihr die aufgemacht habt, könnt ihr quasi dann die einmal looten und dann kriegt ihr quasi diese Schokolade. Mehr ist es nicht, heißt es ist ein bisschen Eier suchen, es ist immer bei den kompletten Gebäuden, beziehungsweise auch in kleinen Konstrukten hier rund um das Lager findet ihr diese Eier und wenn ihr genug gesammelt habt, dann könnt ihr euch den Ruhestein hier kaufen. Den setzen wir jetzt mal ein und kommt in unsere Toybox rein und dann geben wir hier mal Ruhestein ein und ihr seht, es gibt schon eine ganze Menge und diese Ruhesteine, die ersetzen euren richtigen Ruhestein und wenn wir jetzt mal den vom Nobelgarten ausprobieren, klicken wir mal die Gestalt weg, dann seht ihr, dass wir hier so ein Häschen-Emote haben, wir haben Häschen, ich habe ein Ei in der Hand, Schmetterlinge fliegen um mich rum und ich habe einen Häschenkorb im Inventar, das breche ich jetzt mal ab. Das Ding ersetzt quasi einfach euren normalen Ruhestein, ihr könnt theoretisch euren Ruhestein jetzt wegschmeißen und könnt immer über das Teutus machen, habt damit dementsprechend einen Slot mehr. Da gibt es auch andere, von jedem Event wird es jetzt einen geben, hier vom Winter-Event gab es schon einen, Schlotternächten hat man hier, Valentins-Event, hier dieses Mondfest gab es auch schon, was jetzt noch kommt, das Braufest und quasi dann das Sonnenwendfest, dann hat man von jedem Event einen Ruhestein und die sehen ganz cool aus, ich kann euch jetzt hier zum Beispiel, das ist vom Winter-Event der Ruhestein oder da haben wir noch einen Ruhestein von dem Liebes-Event, da wird man hier so zum Armor oder wo haben wir dann hier das älteste Ding, da, gut, der ist ein bisschen langweilig, ne, obwohl da kommen, man hört zumindest so einen Raketensound, genau, eine Rakete kommt da noch und kopfloser Reiter, äh, der ist eigentlich ganz cool, da hat man so einen Kürbis auf und ein bisschen Feuer, das macht schon was her, genau. Mal gucken, was die beiden Neuen sind, die jetzt dann erst mit den nächsten Events reinkommen. Sonst, wie gesagt, gibt es nichts Neues, ein paar Eier sammeln, was ich euch empfehlen könnte, wenn ihr ein bisschen Gold machen wollt, holt euch, wenn dann, die Pets, aber besser noch die Mounds, sammelt die ein bisschen, spart diese Mounds und verkauft sie vielleicht so in einem Viertel bis halben Jahr, dann könnt ihr da relativ gut Kohle mitmachen, weil das Eier sammeln ist jetzt nicht sonderlich komplex und ihr könnt dann hier dementsprechend ganz gut Gold machen, vielleicht wie nebenbei, wenn ihr eine Serie anguckt oder dementsprechend was anderes, wo ihr euch jetzt vielleicht nicht so krass aufs Game konzentrieren wollt. Gut, das war's von meiner Seite aus, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte euch das geholfen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr euch abonniert. Euer Tjela, bis zum nächsten Mal, ciao!